Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Loots Blast Garam Legendary Edition Endral. Ja, und heute TCL'n wir uns hier den Berg hoch, das wird super, die Folge läuft nämlich noch keine Minute und wir werden einen Cheat machen, denn wir müssen hier weiter, äh, ja, äh, die magischen Symbole und Eiskrallen sammeln und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, diese Benzinen, die hier vor uns liegen, hochzulaufen, weswegen wir das auf die einfache Art und Weise machen. So einfach ist das. Ha. So, einen Teil haben wir, aber noch viel ist vor uns. Folge 18 der Sammelfolgen, meine Damen und Herren, hier ist es, das ZDF. So. Das ist quasi auch spannend, halt in einer anderen Dimension, ne? Das ist halt nicht dieser brachiale Hau-drauf-Mohr. Da muss man schon ein bisschen mehr nachdenken. Oh ja, von da unten nach hier oben sind wir. Und ob hier, denke ich, wird's normal gehen. Einfach los und hepp. Und dann geht's auch schon hepp mit los. Und ich mag gerne Happen. Na. So. Ich hoffe einfach, das Ding fällt nicht auf mich drauf. Das wäre wahrscheinlich der schlimmere Tod. Hallo. Na. Sag mal, das ist nicht immun gegen den Frostschaden? Oh. Okay. Also, irgendwo da ist eins. Ich weiß nicht, so auf dem Weg. Nur ein bisschen halt abseits. Irgendwo hier, ich vermute einfach mal gerade in dem Baumstumpf. Da ist da nix. Nee, tatsächlich nicht. Okay, dann. Ah, da sehe ich schon die Markierung. Okay. Ja, wo muss da auch passieren, dass so langsam mal, ne? Markierungen auch sinnvoll und nützlich werden. So. Jetzt ist es eigentlich, wenn ich... So, jetzt habe ich gar keine Markierung. Und jetzt wieder. Huch. So, wo muss ich als nächstes hin? Hier. Find all ice claws. Ich denke einfach mal, ich muss den Berg hier hoch. Dich kenne ich doch. Du bist der Hurensohn. Ja, natürlich. Der Eistroll, der Eistroll, der seine Gesundheit hat, einfach mal übertrieben hoch reclaimed. Moment. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, wer du bist. Muss ich hier hoch? Ich weiß, wenn du ein bisschen was nehm, ich muss das mal übertrieben werden. Ich weiß, ich muss das mal übertrieben werden. Ich weiß, dass das auch... Ich weiß, dass das kein Schacht hat. Grunden Rucksack. Zwiebeln. Wieso ist das so dunkel hier? du auch und ich denke das war es mit euch das geschafft 1385 pfeile sollten für bis ins finale reichen denke ich mal einfach so wo genau muss ich jetzt sind irgendwo ist hier eine eispranke na oh hi das war es will ich sagen vier schüsse für treffer vier ein kill ach da ist die eisbranke naja gut das war echt nicht versteckt das ist echt nicht versteckt ich denke da kann man nix meckern nicht meckern wo ist das deutsch richtig so momok mensch ich kenne nur mo ga ja übrigens wo wir gerade von mo ga reden ähm tatsächlich habe ich damals ähm skyrim im steam winter sale mal gekauft die legendary edition für ich glaube 15 euro waren es so war doch ganz gut wieder mal ne hat sich kann man mal so sagen gelohnt so ist gespeichert wo muss ich als nächstes hin hier in die agnot natürlich muss ich in die agnot ach jetzt bin ich wieder hier wo ich von oben hoch kam ok ganz ehrlich das ist doch der einfachere weg auch einfach dahin finde ich aber als wenn ich das eher gefunden hätte wenn ich einfach auf der karte versucht hätte irgendwie so diese bergfahrt zu finden wie ich da hochkomme safe hätte das ewigkeiten gebraucht und so einfach ganz schnell klar man muss ein bisschen vorsichtig sein beim runterfallen ok man muss vielleicht ein bisschen sehr vorsichtig sein beim runterfallen aber aber mit ein bisschen aufpassen dürfte es doch gehen so hier ist so ein plateau hier kann ich sehr viel höhe verlieren und hoch tc mich einfach das ist ja gar kein problem okay so auf die scholle hier drauf und da haben wir es doch Also gar kein Problem. Mensch, die Agnott. Ein toller Dungeon eigentlich. Also im Ganzen eigentlich einer der besten. Wäre nicht der beste Dungeon, den wir jemals hatten. Wie ich finde. Äh, in die Quarters muss ich. Okay. Ich denke übrigens auch hier wieder alles an Essen da. Äh, alles an, nicht an Essen, an, ähm, Gegnern wieder da, denke ich mal. Und das ist ja ein bisschen schwerer gewesen. Das war ja das Ding. Der war ja nicht so leicht, der Dungeon. Aber soll er ja auch nicht. Aha. Ja, weil mittlerweile sind wir ja besser. Oh. Außerdem gibt es das Erfahrungspunkte, wie wir ja wissen. Und ich sollte das schaffen. Okay, okay, okay. Einen Trank. Damit soll es machbar sein. Durchaus, durchaus machbar. So. Mit Steter Regeneration würde man das auch hinbekommen. So. Mh. 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 Ja gut, und der Bogen ist mir eh treu wie der Wächter. Hä? Kommst du? warum ich freue mich ja über die Erfahrungspunkte so ist es ja nicht so uh hei 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 aber nicht gut ne so wie kam ich denn hier raus so ich laufe immer noch richtig ne ja irgendwie so war das ja hier rein und dann da drum und dann ging das mit dem Bogen ist halt ziemlich OP finde ich immer weil er ziemlich viel ja ich sag mal vorweg nimmt immer auch an Schaden ich kämpfe zwar lieber per Schwert aber der Bogen ist halt hilfreich sagen wir es mal so nett ausgedrückt oh oh äh hei ja da sag ich nix ne hei hei he he hust hust ich glaube das ging einfach in die Quarters in die Quarters so hier immer noch ui 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 immer noch in den Machine Room ok ich erinnere mich auch hier es nimmt natürlich jetzt ziemlich viel Zeit in den Spruch dieser riesige wirklich riesige Dungeon so da sind wieder mal Dinger oh mein Gott oh 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 puh was ist das denn oh die Spille meine Güte geil oh die Spille oh meine Güte geil wow so es ist halt schon ja ich weiß sogar dass ich hier nicht alle Gegner mache aber dafür habe ich halt echt nicht die Lebenszeit hey echt nicht die Lebenszeit und den Lebensnerv und ich meine es ist ja auch nicht notwendig man hört es ja wirklich nur die wichtigsten Räume abgehen ich will ja jetzt nicht so viel EP sammeln ich bin ja jetzt schon auch ziemlich weit oben so 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 ich habe das Gefühl in den Eckenesl sind welche irgendwie ist es auch nicht der Fall wo es sich genau hin in die Quarters nee hier nee da komme ich her kann jetzt sein dass ich wieder zurück muss hier wo bin ich denn jetzt in den Frachtenräumen da ist das Cockpit da sind die Quarters was ist das Nordwindgebiet hä wenn ich doch hier jetzt wieder raus super wir haben 20 Minuten einfach für nichts hier drin verbracht wahrscheinlich wahrscheinlich ist hier gar nichts drin alter ja check's nicht agnot warte mal so ihr seht es hier gerade ähm poh agnot äh also in den Quartieren hinter einem laufend großen Zahnrad und Maschinenräume ok also gut also ich muss in die Quartiere und in die Maschinenräume Quartiere ist schon mal gut so ich gehe nochmal jetzt ja im saure Schritt ich habe ja jetzt die ganzen Gegner so Quartiere sind da da ist einer eins bei den magischen Symbolen ja dieser Dungeon ist halt verwirrend das ist halt das Schlimme bei dem ja schön aber verwirrend so ne Quartieren da ist hinter einem groß laufenden großen Zahnrad so suchen wir laufende große Zahnräder das dürfte machbar sein hier bevor ich den Raum verlassen natürlich ne klar so hier ist noch eine ja ein Gegner Aua Aua so hier ist nichts ok da war es halt komplett sinnlos würde ich mal wieder behaupten da ok ok große laufende zahnräder sollte man davor hinbekommen oh und viele gegner du auch noch ok was habe ich denn jetzt gemacht ich weiß es nicht was ich genau gemacht habe so in deinem großen laufenden zahnrads ein Wunderbar. Ei, ei, ei. Hier habe ich glaube ich auch das erste Mal so richtig Bogenschießen gemacht. Kann das sein? Würde ich jetzt mal fast so behaupten. Na. So. Hinter einem großen laufenden Zahnrad. Das ist ein großes laufendes Zahnrad. Da wäre hier vermutlich eins gewesen. Habe ich denke ich mal dann eingesammelt. So. Maschinenräume. Da, da ist auch was. Ei. Ach, das war dieses Ding. Kein Problem. Der war ja langsamer als ich, ähm, schießen konnte. Das war ja das Ding. Ey. So. Okay. So, dann muss ich hier in die Maschinenräume. Sehe ich das richtig? Ja, muss ich. Sehr gut. Ja, mal wieder die ganze Scheiße für umsonst. Einfach. Ne, da. Was? Wie komme ich denn da hin? Ich weiß noch, hier war auch so ein mega schlimmer Fight. Ich erinnere mich noch daran. Zu gut. Weil ich irgendwie hier Scheiße gebaut habe mit dem Speicherpunkt. Das war das Problem. Wenn dann jetzt diese Strategie rausfinden musste. Wie kann ich jetzt vernünftig flüchten? Genau. Ich glaube ich habe hier angegriffen. Aber irgendwie haben die mich dann schon gesehen. Und, ähm, deswegen konnte ich nicht mehr, ja, flüchten, sag ich mal. Okay. Hallo. Ey. Okay. So, dann will ich halt vorher meine Pfeile ein. Und dann wirst du halt so sterben. Ist halt auch nicht das Problem. So. So. Da oben. Ah, okay. Ich muss wieder was essen. Ja, übrigens auch durch diese Agnot, die mir jetzt wirklich 20 Minuten mittlerweile genommen hat, ähm, wird es wahrscheinlich nichts mit alle Symbole noch jetzt kriegen. Ich versuch's einfach auf die Silent Art. Ganz ehrlich, ich geh um, geh einfach mal die Gegner. Ich weiß, das sind die Erfahrungspunkte, alles Pipapo. Aber, ich bin weg. Irgendwo muss hier doch auch ein Hinterausgang sein, ne? Ich hoffe, der führt mich da hin. Oh, mein Gott. Hilfe. Ja, wobei, dem lohnt sich. Na. Oh. Lol. Ja, gut gemacht. Oh, mein Gott. Ja, da muss ich jetzt nichts sagen, oder? Bekomme ich hier einen Generator? Will ich nicht. Ich will hier schnell raus. Deshalb es mal einen ATCL gibt. So, auf direkte Wege zur Tür. So, das ist auch immer interessant, wie die alle so gestaltet sind, diese Räume. Das halt drumherum quasi nichts ist. Ah, da oben. Da erfährt man auch mal die, das ist jetzt mal so die ganze physikräumliche Vorstellung. Das ist ja auch irgendwo da hinten sein. Ah, da hinten ist die Tür. So, und dann noch aus dem Raum hier raus. Das dürfte man ja eigentlich schaffen. Da müsste ich gleich ja genau in so einen Flur kommen. Perfekt. Ist nicht gut, aber... Also, ist nicht perfekt, aber gut. Vielleicht schaffen wir ja doch noch ein paar. Wir müssen ja nicht jetzt alles schaffen. Das ist, äh... Nicht notwendig. So. Gehe ich in die richtige Richtung? Ja. So. Ich speichere mal lieber. Agnott ist durch. Sage ich einfach mal. So. Aber... Können wir schon mittlerweile schneller wieder, ne? Die Ausdauer, glaube ich. Gut, nicht so schnell wie im richtigen Sky, wo ich so mit meinem Heilungszauber-Sau-Mache. Ah, aber das macht ja nichts. Das wird so eine Umstellung. Mittlerweile ist ja so langsam dieser Knackpunkt erreicht, dass man ja so wieder fast in Skyrum drin ist. Und, ähm... Ja, was soll ich denn so sagen? Es ist halt... Da fragt man sich langsam, wie wird der Wandel wieder, ne? Wie wird der ablaufen? So. Äh, ja. Ja, da. Geht's dann aufwärts. So. Ich hab natürlich meinen Bogen genannt. Ich meine, eine andere Waffe. Super. Da ist eine Kuh. Hi. Na, wunderbar. Na ja. Tja, du bist zu langsam und zu flüchten, würde ich mal behaupten. Du weißt nicht, wo du bist. Ach, da. Ah, Eisbär. Könntest du mal bitte kämpfen? Hallo, ich möchte, dass du kämpfst. Dann eben nicht. Dann wirklich eben nicht. Und jetzt soll das Ding irgendwo da hinten sein. So, da hinten links. Was haben wir hier? Nordwindlage. Wen haben wir denn hier? Oh, der kann tauschen. Nehme ich natürlich. So. Oh. So. Da hab ich nichts. Das kann ich einfach mal verkaufen. Gar kein Problem. Hat der irgendwas? Zauberbücher. Krustenbrot. Oder Essen allgemein. Ja, gebratenes Geflügelfleisch geht immer. Krustenbrot eigentlich auch. Äh. Die Leopard nach A könnte ich eigentlich auch kaufen. So. Trotzdem hat der aber nichts, was ich gebrauchen kann, ne? So. Yo, mach das. Ah, die haben alle nur einen. In einen Handelzeimer, ne? Ja. Okay. Schade. So. Lauf ich hier richtig? Scheinbar ja. Ich muss anscheinend irgendwo hier, wahrscheinlich hier da, diesen Weg entlang. Lauf ich dann schon falsch. Ich soll da gleich links abbiegen. Okay, mach ich doch mal, würde ich sagen. Ja. Ja. Haben wir geschafft. Oh, sorry. Da hinten sehe ich wieder ihr Lichter. Oder Eisteile. Keine Ahnung, wie sie heißen. Da ist ein Riese. Der Koloss. Ich kenne nur die Koloss aus. Die steht im Heidepark. Nein. So. Der Koloss dürfte kein Problem so sein. Wenn ich diese Dinger treffe. Nähere ich gut. Aber das schaffe ich auch nicht. So. Moinsen. Ihr könnt mich mal alle angreifen, bitte, ne? Hallo. Ei, 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 ei. Ich hasse diese Ehrlichter, ne? So. Die machen kontinuierlich irgendwie ein bisschen Schaden. Äh. Ey. Der Koloss. Ah, ja. Ist da hinter immer noch was? Nein, aber hier. Soll angeblich etwas sein. Oha. So. Äh. Äh. Äh, wo? Direkt sind es eigentlich ja was? Als wenn. Als wenn man das finden kann. Ich sehe das als quasi nicht möglich an. Alter. Das ist so unfassbar unfair. Nicht normal. Oh, hi. Oh. Oh. So. Das sind... Zwei direkt so beieinander. Eins wird mir anscheinend angezeigt. Das andere nicht. Oh. Hier unten. Unterm See. Ei. Ei, ei, ei. Klar. Aber kann man machen. Boah. Ich dachte gerade schon. Diese Panik unter einer Eisdecke eingeschlossen zu werden, ist selbst im Spiel groß. So. So. Und der andere ist anscheinend irgendwo hier. Da. Da. Okay. So. Weiter geht es. Äh. Das hier. Kann ich eigentlich auch machen. Oder? Soll ich das vielleicht in der nächsten Folge machen? Uah. Hilfe. Ich bin jetzt gerade immer über... Was ist denn jetzt los? Alter. Was habe ich gestartet? Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Ne. Wisst ihr was? Das mache ich hier später. Das... Diese ganzen Dinger hier in der Mitte. Das kommt in der nächsten Folge. Oh. Hi. Oh. Oha. Der hat mir ja schon deftig wieder Gesundheit gezogen. So. Ne. Ich laufe jetzt hier hin und dann mache ich hier und dann mache ich die drei. Vielleicht. Je nachdem wie viel ich in dieser Folge noch schaffe. 15 Minuten geht die ja noch. So. So. Tschüss. so kann ich mal ein bisschen heilen da ist ein roten jürgenwurz da ist irgendwo eine ein gegner irgendwo hier soll direkt was sein sich das richtig irgendwo so unmittelbar hier da ist eins ok so so oh du auch noch links und rechts und links und rechts und links und rechts und rechts und rechts und rechts und rechts und links und links geht doch so da sind auch wieder anscheinend gegner und wieder fast ein level hoch das ist unnormal einfach das kann man nicht mehr machen langsam das ist unfassbar wie viel wir haben einfach so oh da ist ein koloss ja man merkt im nord werden die gegner stärker magische konstruktion ha ja scheinbar nicht stark genug level 70 aufgestiegen hey ja mittlerweile dürfte ich beinah stärker sein als 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 im normalen skyrim als gefühl noch eine magische konstruktion wäre anscheinend schwer hier huh so ok ok 400 ep so ich muss glaube ich auch direkt auf dieses ding dazu laufen oder da kann das sein kann das sein oh aber nur noch bosse als gefühl oh oh tu also hier ist anscheinend echt ähm endstufe weil echt nur noch ähm endgegner sind oh oh boah boah puh was auch wiederum gut ist weil das dann einen wirklich extremen xp schub natürlich bedeutet klar klar es ist verständlich es ist verständlich oh 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 die sind halt so schnell alter und wir haben ja das eine mal gesehen wie gefährlich die sind wenn man die zu nahe kommt immer noch obwohl einzeln obwohl alles eigentlich high leveled ist oder sagen wir mit metall keine ahnung woher ja ja interessant ich muss nochmal hoch kurz was tun wir so als würde man klettern ne wo ist das andere da da ist wohl noch ein ding irgendwo direkt hier da da aha 210 fehlen noch 13 stück oh kein pech so ja 10 Minuten haben wir noch würde ich sagen das ist jetzt gerade er hat eine blaue markierung das mag ich nicht sind nämlich immer scheiße das ist eine interessante musik gerade wie ich finde dieses mit dem choral gerade fand ich gewesen wo sind die gegner da grotesker verlorener hm da ist doch noch wer fürst in der verlorenen oha ok ja gut das äh hat ich mir jetzt dann doch eher anders vorgestellt ähm bitte was wow alter die sehen so ekelhaft aus und ich glaube die machen auch viel schaden es ist halt echt endstufe hier aber jetzt wird übrigens ein paar rahmen zerbängt so da scheint anscheinend das nächste ding zu sein was sich da so stark bewegt irgendwie ok irgendwo hier da oben kommt man natürlich mal ne da nicht dran ist ja auch gar kein problem für uns 90 confine weit und dann doch besser sogar irgendwo direkt vor mir wieder so da wo ich darauf zu laufe vielleicht wie kriegt keine erfahrungspunkte für nun stehe ich hier an meinem abgrunde wo wenn ich das nicht klug mache sterbe meine chance auch beim klug sein zu sterben so alter diese cam alter war die cam gut ich laufe glaube ich mitten darauf zu oder ich glaube es ist echt diese eine markierung hier ich glaube hier so ungeniert durch die gegend weiß gar nicht ob hier irgendwie gegner oder so sein könnten weißt du ist einfach so ja wer macht zeit ne diese dinge hier mache ich später da ist noch eine eiskralle klauen klang klanke branke soll es ist so hier ich krieg euch beiden ein krieg noch ein krieg noch ein krieg noch man merkt direkt wie dass die wieder schwächer sind ne drei stück oder zwei starke schläge ne das ist schon wieder was ganz anderes was ist das denn die sturmmühle einfach tür ach gucke mal die gibt es auch noch ich könnte gesundheit vertragen aber irgendwie will ich ja nicht da muss ja was trinken ich gehe kurz noch in diese sturmmühle rein die zeit habe ich noch in der folge ok oh mein gott kann ganz schlecht enden ok ok kack ok ok ne schlecht ok ok hey natürlich sind alle drei hier alles klar wenn es sonst nichts ist dann alle drei am besten was für eine scheiße alter und außer gegner ist hier überhaupt nur noch was ein paar gegenstände fürs geld machen mit tor mit groschen naja gut es geht die auswerte es geht so aber das eine ding will ich noch einsammeln vorher das dahinten glaube ich dann so 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 jetzt gibt's schnitzel so das ding sammel ich noch ein und dann sogar durch mit heute mit der folge so war echt fast alles eingesammelt wirklich es ist unfassbar hier nur noch das hier und die paar verpackten dinge und tatsächlich nur das hier berg und vielleicht finden das wird das sogar auch ja nächste folge dann wirklich dieses gebiet hier und ich das ende das dürfen wir hinkriegen bis dahin macht's gut und tschau so 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 Vielen Dank.